Musik Frisch noch da bin ich, ne? Weil der lockt mich jetzt irgendwo hin Wer lockt dich irgendwo hin, der Typ? Der mit dem roten Rucksack? Ja, der hat aber jetzt auch dein Zeug an Ja, erledige den mit dem roten Rucksack, schießt den Tuch Boah Der gehört dazu, ich schwöre es Ach der lockt dich jetzt weg, ja? Klopp schon, lass mich ihn erschießen Dann weiß er nicht, dass du das warst Genau Also ich bin mir seltener ein paar Sachen nicht sehr sicher Aber da bin ich noch sehr sehr sicher Akesh, wenn du sagst, dass der auf immer da... Ja, 100% Steve Kriegst du das hin, dass sie sich sammeln Beim Feuer erstmal Dann kann ich den mit dem roten Rucksack wegrotzen Ja Sag ihm einfach, du hast mir nichts zu kriegen Der hat keinen roten Rucksack mehr, der hat einen gecrafteten Ah, der hat Cash Der mit der SKS und mit dem roten Schulrumpfanz Der steht hier direkt bei mir Links neben mir steht er Hat der eine SKS? Jetzt läuft er zum Feuer Der mit dem Kopftuch? Ja genau, genau Den ich meine, der hat einen roten Rucksack und eine SKS Wo wir die Hände haben Der mit dem Kinderrucksack Der mit dem Kinderrucksack Den Typen, das war der, der fünf Sekunden voll drin war Nein, 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 falsch, falsch, falsch Nein, der war schwarz, oder? Jaja, der Kinderrucksack hat den Rucksack aufgehoben, wo er fallen gelassen hat Während dem Wer ist das mit der Grasmaske? Der hat einen Rucksack aufgehoben Der hat einen Rucksack aufgehoben Das bin ich, das bin ich, das bin ich Ist das mit Mosen? Wer ist das? Ja, ja Der mit der Mosen, mit der, mit der Russenmütze, was isch mit dem? Ja, ja, das ist mit Mosen Wegschießen oder nicht? Die Mosen will ich fahren, dankeschön Der ist tot, der ist tot Na ja klar, ich wollte ja die Mosen haben Oh man Ich dachte so, was ist jetzt passiert? Ich hab gar keinen Schuss gehört Jetzt ist einfach, da einfach rumgefahren, ne Cash, kannst du mal die Mosen rausspacken? Komm nicht rein, okay? Ja, warte, warte So, noch jemand wegschießen Jetzt schießen wir alle weg, wo wir nicht kennen So, wo, wo Hat der noch, hat der noch irgendwie, beim Mosen Schuss wenigstens? Der hat Mosen Munition noch am Start, wenn ihr mit? Wo, wo hat er die? Drinnen? Im äh, Kinderrucksack Ich kann den irgendwie nicht, ich nicht nicht Soll ich den rauswerfen? Ah, jetzt, jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn Okay So, seid ihr jetzt alleine da im, im Dings drin? Ja Ja Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Der Andere ist der Ene, der Ene war ja, der Ene ist aber noch da, der der nett ist, der sympathische Klungen hat Der ist noch da Ich hab gar keinen Schussgeld, okay, der hat nur, weil sie fliegt Weil sie fliegt So schnell hat man ne Waffe Ich bin im Eckhaus, oder wo bist du? Jetzt bin ich im Eckhaus Wo war ich voll? Ich war genau, ich war genau gegenüber Ich hab perfektes Schussfeld gehabt Hä, ich hab dich gar nicht gesehen? Ja, ich war eben in der Küche drin Haben wir von der Küche aus weggeholt Ach so Da, okay, alles klar Ich hab jetzt nen grünen Mutti an Ich hab jetzt nen grünen Mutti an Und jetzt bin ich im Eckhaus oben Das war super, ich muss hier aus Sind hinter dem beigen Haus Hinterm Supermarkt Ich hab jetzt die Schussfeld Ich hab' kein Schussfeld Ich hab' kein Schussfeld Ich hab' kein Schussfeld Ich hab' kein Schussfeld Ah, hinten, komm da rein Hinten, äh, er ist drin im Supermarkt Wir schießen weg, wir schießen weg Wir sind sehr schuld Kannst du jetzt hoffen? Ja Achtet sind unsere Bienkameraden, ey, ihr Helden Ja, egal Nicht sagen, nicht sagen, dass wir's waren Ach du Scheiße, ich hab' jetzt ne Mosel in der Hand Das denkt ja bestimmt eh, ich wartet Jungs, geht alle in Deckung Er ist bewusstlos, er ist bewusstlos Wer war der? Den hab' ich jetzt angeschossen? Geht alle in Deckung Reusend, ne, da, ähh, äh, ähh Reusend, aber die Niedermachung, ne, reusend Alle in Deckung, wer ist denn da jetzt, glaub ich Wer ist denn da jetzt? Wer ist jetzt wo hier, hallo? Was ist denn los? Das bin ich hier, das bin ich hier das was ist los wo kam der Schuss die Schießlose Achtung der Medikas oder wenig Zeit muss erst gucken wo der Schuss herkommt die Bissett um Romer Koppel es soll ich jetzt noch jemand wegschießen oder soll ich rauskommen dann an die Mitglieder im Rucksack der Schuss am blauen Auto erneut sich an die schlussbereite woche das war uns im Klavierhaus nein nein da habe ich kein Schussfeld auf wo wer schießt das war ich das war ich als ich hatte eine Bene gebrochen hat sich so dreckig ja ja ich Bene gebrochen nein wo liegst du wo bist du ne ne ist painful painful also ich kriege jetzt mal ein Eckhaus von an die Ecke nein brauchst du nicht warte mal Papa gibt ihnen jetzt ein Headshot von hinten ja aber Bello hier ist noch irgendwer Bello hat echt recht was schreibt ihr denn? dass wir zu oft das gute im Spieler glauben ja ich kann hier aber nicht stehen bleiben wer ist denn bei euch jetzt noch drin macht mal Checkpult ach der Typ nein der Typ der sitzt hier in der Ecke soll ich ihn jetzt platt machen der denkt da der wisse das ich das war Socke der muss nicht der muss irgendwie aus die Ecke da hinten raus ich kann den aus die Ecke nicht ich sag ihm er soll ich sagen Kumpel ey 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 du da mit dem lila Rucksack hast du was zum Verbinden ich hab was zum Verbinden wer braucht was? geh mal zu deinem Kumpel da in den Einkaufsladen geh mal zu deinem Kumpel da in den Einkaufsladen hilf dem mal kommt jetzt einer in den Supermarkt wieder? eure Häuntungen voirse livre으로 moll welchen welchen lila Rucksack? ja 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 er ist hinten rein ne f ridd��, ein verstoß Ganze der Hocke, ach der Inna ist doch wieder da mit dem roten Rucksack, der ist wieder da? Ja, der ist wieder bewusst sein, fuck, der ist überliebt. Mag mir jemand ne Salineback verabreichen? Er will ne Salineback haben. Er sagt, dann muss er den Supermarkt. Ja, ich kann dir leider kein Salineback geben, das wurde mir alles geklaut hier von dem anderen, als er sich ausgelockt hat, der Dimitri. Ich hab Inna gefunden, oben beim Ural lag einer. Na klar, der beim Ural lag angeblich ne Salineback, jetzt schieß ich den bis mir ja, ich geh jetzt gleich hin. Wo hat der denn geschossen, dass der mich mitten im Supermarkt erbrostet, ja? Von wo hat denn der? Hat der mich geschossen, dass er mich mit dem Supermarkt zu schläft? Ich hab, Leute... Der hat mich nur in Gasmaske gesehen, ne? Ich lauf jetzt, ich lauf jetzt den Nacken einfach rein und Axel weg. Nein, Leute, pass auf, ich verzieh mich jetzt mal aus dem Eckhaus. Ich schieß von einer ganz anderen Richtung. Ich friss mich gleich. Axel, ich Axel jetzt weg einfach. Ach, ist das die doch jetzt nicht weg, Hesh? Ach doch. Und Axel, ich brauche in Unterhosen mit der Axel rum und Axel einfach alle weg. Ja, das, wenn ihr da alle drumrum steht, dann... Hesh, wo sind die denn jetzt? Checken die doch. Ich bin nicht mal am Markt, oder? Und ich tue so, als wenn ich dich abknallen will. Soll ich noch mal einen wegschießen? Ich bin hier nicht drin, ich bin ein Axel, ich bin ein Axel, ich bin ein Axel. Ich hab ein Axel. Ich hab ein Axel. Der mit dem Rucksack, der mit dem großen Rucksack. Der muss gleich weggemacht werden, ich hab den einen Wecker axel, der ist tot. Bei dem sind die Lichter ausgegangen. Ja. Also da kommt einer mit der Axtachtisch, also ruft er die ganze Zeit. Ein Axtmensch, hat er gesagt. Ein nackter Axtmensch. Da läuft ein nackter Axtmensch. Ich piss mir gleich ein. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Nackter Axt. Nackter Axtmensch. Mini, gleich musst du schießen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Welche Richtung schießen? Ey jetzt aber, ey Leute, der Typ ist wirklich nett, ey. Der Typ ist wirklich nett, ey. Der Typ ist wirklich nett, ohne Scheiß, ey. Ich hab ein schlechtes Gewissen. Das ist der Karma. Hört auf, hört auf. Mini, Mini. Er ist vom Supermarkt. Ey, das ist der Karma. Hört auf für die Scheiß. Rennt in den Supermarkt. Er ist im Supermarkt. Der rennt nach hinten durch. Ey Axti. Ah, fuck. Daneben. Ey, ich piss mir ein. Er hat jetzt geschossen? Ich muss nicht schießen. Du musst so tun, Mensch. Als wenn ich auf den Cash schieße. Oh nein, er achselt mich auch. Ich muss weg werden. Renn den Hang hoch. Hinterm, hinterm Supermarkt. Wenn er hinterher rennt, kann ich ihn wegholen. Oh nein, er nimmt sich die Krifte von dem Kollegen. Nein. Ich muss weg. Ich muss stiften. Ach, da bist du ja. Nein. Nein, ich wollte ihn grad abschießen. Der ist losgerannt. Scheiße. Wer, wer, wo, wer. Nein. Ich hab auf ihn geschossen. Er rennt los. Cash. Cash, hau du erst mal ab. Nicht, dass du das checken. Ey, ich piss mir ein. Ich schieße ihn wieder an. Vor allem, ich hab richtig schön angelegt auf seinen Kopf. Also kurz und schmerzlos ist es ja. Und dann läuft der los. Nein. Deine Klamotten sind weg, oder was? Meine Klamotten sind komplett... Nee, doch nicht, der sind so. Nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin nur erschrocken. Hier rennt ein... Hier rennt ein nackter... Nacktenlorder. Okay, toll. Ich brech ab. Au, 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 au. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Redwood. Nackter Axt. Mensch. Nee. Komm, wir hören uns auf. Wir gehen jetzt einfach, komm. Ey, können wir den in Ruhe lassen? Ey, wir gehen jetzt einfach, komm. Ja. Ja, bitte. Wir gehen jetzt einfach, komm. Ach so? Ja, ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. Oh, mich hat's ganz schön erwischt, ey. Ich hat's ganz schön erwischt. Habt ihr Munition? Habt ihr Munition? Ne, leider nicht. Ich hab nur Revolver. Ne, leider nicht. Ich bin schon wieder am blöden Visor. Also der Typ hat auf alle Fälle... War das unseren Homi? War das unser Homi? Du scheiße. Scheiße, neu getogen. Scheiße, neu getogen. Arme Kerl, ey. Oh shit. Ey, Cash. Wie du jetzt so dastehst und so tust, als deine Sprache. Äh, Leute. Könnt ihr eure Waffe ziehen? Ja. Ja. Ja, ich jetzt auch. Ich hab sogar meine in der Hand. Ja, meine hat er die ganze Zeit weggestellt. Ich hab ne... Ja. So, ich komm jetzt von irgendwo von einer ganz anderen Richtung dann zu euch genauso. Ja? Ey, Leute. Das tut mir echt leid. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oha, da fährst du nicht was. Seid ihr vorm, vorm Supermarkt? Also, ich hab bloß den... Ich hab jetzt bloß den... Ich hab jetzt bloß den... Ich hab jetzt bloß den... Die Mo sind... Von dem einen aus dem Laden vorne. Der sieht nicht, von wo du kommst. Okay. Raubolver. Revolver. Ich komm... Sagt mal Bescheid, dass ich jetzt reinkomm. Dass sie nicht erschrecken. Gut, der letzte Überlebende konnte es für uns. Da fährst du nur da fährst du ne Wasser aufm Rücken. Äh, die CA. Die CA. Die CA. Und ist da auch mit der Axt los drin? Okay, hab ich auch. Haben wir beide keine Munitionen gehabt. Richtig. Ich hab ihn eigentlich schon mal mit der Axt. Vor allem, wie er raushaut. Das ist ein nackter Axt, Mensch. Dann bin ich ja immer noch der einen P ohne Schuss Waffe. Also ohne Waffe. Und so in der passenden. So. Guck mal, jetzt bitte einfach gehen. Ah, nee, gar nicht. Ich hab nur die... Da muss ich schärfen. Ich fang gleich an zu heulen, wenn ich in der Rolle zu höre. Okay. Ich komm gleich... Ich komm gleich nackt wieder. Nein. Nein, das fällt... Das fällt auf. Das fällt auf. Wir lassen ihn jetzt in Ruhe. Geh, schau, Mensch. Das ist richtig. Wir haben hier... Ja, schau. Was hat er? Eine... Mit Munition? Ja. Also ich hab leider keine Waffe dabei. Ey, vor allem Herr hat auch selber schon gesagt, dass er eine Woche braucht, um sein Equip zu looten. Wie spielt er denn? Der tut mir leid, ohne Mist. Das ist doch der. Der war doch so nett. Ich hab doch gesagt, der ist so nett. Der spielt jeden Tag alleine. Der hat keine Freunden. Scheiße. Ja. Lass es mich raten, ihr seid alle im Teamspeak. Ja. Ja, richtig. Ja, richtig. Kalle, bobo. Okay, dann komm ich mal dazu, Mädels. Komm ich mal hier, tief in die Ecke. Ja. Ich piss mich. Und ich mach mal die Tür hier zu. Der nackte Axt. Erzähl das bloß nicht, ehrlich. Ja, jetzt müssen wir ganz, ganz... Woher ist der? Schott, die hast du noch den Stream. Der Stream läuft, ja. Der Coco Bello lacht sich schon, wenn ihr die längste Zeit habt. Ich hab ja irgendwo noch einen. Screenshot. Ich auch noch, ehrlich. Hat einen Screenshot von der... Von der... Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. FVM, das Geile ist, Cash kommt angehämmert, ja. Knallt hier eine rin, zieht sich die Klamotten an und kommt an und tut so voll mit. Leid, ich überfügt sich die Leiche danach so ein. Oh nein. Oh man. Oh scheiße, ey. Oh, der hat eine Axt. Ey, wir müssen jetzt gleich ganz, ganz ernst bleiben, ja. Oh ja. Das fällt mir gleich schwer. Der nackte Axt, nur da. Also hab ich vorhin den schon den richtigen angeschossen, oder? Ja, das war der. Ich hab echt nur angeschossen. Ich hab nur den Kopf von ihm gesehen, hab geschossen und er fällt um. Ich kann ja noch nicht angeschossen haben, wenn ich ihn nur am... Ich konnte nichts anderes wie den Kopf treffen. Und ich hab den Kopf getroffen, also... Ich hab den Kopf gemacht. Ja, nackte Axt. Nö. Mörder. Nö. Nö. Hört auf jetzt. Nö. Oh Mann, ey. Wie ihr gesehen habt. Alles in allem eine ziemlich verfahrene Situation. Wir sind immer wieder von irgendwo beschossen worden und wussten nicht woher. Zu viele Nubis, die uns den Loot gezockt haben. Und... Ja, wie es so ist in Daisy, man kann nicht immer allen vertrauen und zwar irgendwann zu übersichtlich. Deswegen... Ja, ja, ihr habt's gesehen. Kalle Bobo, du hast überlebt. Wir haben den Kalle dann noch aufs TS geholt, haben noch kurz mit ihm gequatscht, haben ihn auch ein bisschen wieder aufgepäppelt. Also, er hat's ganz gut überstanden, denke ich. Und war auf jeden Fall ganz lustig, auch wenn nicht ganz astrein von uns.